Ähm, Entschuldigung, was meinst du? Tut mir leid, ich bin nur hier. Das ist okay. Ich heiße Rooney, wie heißt du? Ich heiße Annie, wie auch bist du? Ich bin Solferian, und du? Ich bin auch Sportferian. Magst du Sport? Ja, ich mag Sport, und du? Ja, ich mag Sport. Welchen Sport machst du? Ich spiele Tennis, und du? Ich spiele Aus-Tennis. Oh, super! Bist du gut am Tennis? Ja, ich bin gut, aber nicht sehr gut. Ja, ich auch. Kannst du da fahren? Ja, ein bisschen, aber ich habe Radfahrt nicht gern. Oh. Hey, wollen wir einen Tennis-Kurs nächste Woche machen? Ja, das ist eine super Idee. Hallo, Annie. Kannst du kommen um den Tennis-Kurs? Ja, weißt du? Ich muss meinen Semester absagen. Oh. Oh ja, ich muss meinen Hund spazieren früh hören. Vielleicht am Donnerstag? Ja, okay. Hallo, Annie. Hallo, Annie. Hast du deinen Tennis-Kurs? Hm. Oh, ich habe das vergessen. Das ist okay, ich habe zwei Tennis-Kurs. Kann ich bitte einen haben? Ja, natürlich. Danke. Bitte. Danke. Dann... Oh, ich... Das Ende. Vielen Dank.